Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bücherkiste. Mein Name ist Melanie Buchelt und ich führe Sie heute durch die Sendung. Heute haben wir die Newcomer-Autorin Valerie Schussel zu Gast. Ihre Leidenschaft zum Schreiben hat sie durch die lustigen Dialoge ihrer beiden Kinder entdeckt. Daraus entstanden ist ihr Roman Blöder Mama, der auf einer wahren Veräppelungsgeschichte basiert. Herzlich willkommen Valerie. Ja, danke schön Melanie. Ich freue mich heute hier und jetzt dabei zu sein. Dann erzähl uns doch direkt mal was zu deinem Buch. Ja, also mein Buch ist ein Roman nach einer wahren Begebenheit über die Kindergartenzeit meines Sohnes Nikolas, der in der Kita ständig von seiner Bezugsperson, der Frau Knallmeier, veräppelt wurde. Die beiden haben sich dann auch zum Ende hin in Horst und Hermann umbenannt, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und auch ich selbst bin nicht verschont geblieben. In dem Buch habe ich alle Namen verballhorned und in dem Nachnamen eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft zugeteilt. Genau. Und deswegen bin ich auch selbst die Frau Schussel geworden. Wie kam es denn zu dem Titel Blöder Mama mit dem Grammatikfehler? Also als mein Sohn drei bis fünf Jahre alt war, da wusste er es einfach noch nicht besser, wie er ein Adjektiv an das Geschlecht anpassen muss. Und er hat es grundsätzlich falsch verwendet. Er hat, wenn er mich beleidigen wollte, blöder Mama gesagt. Und auch meine Verbesserung, Mensch, Nikolas, das heißt aber blöde Mama, das hat ihn ja auch gar nicht beeindruckt. Er ist dabei geblieben. Und ich habe dann praktisch seinen ganzen Kauderwelsch mit all seinen Fehlern in der wörtlichen Rede von ihm so stehen gelassen, sodass sich der Leser auch gut einen Eindruck machen kann. Wo wir gerade schon bei Lesenden sind, wer gehört denn zu deiner Zielgruppe? Ja, im Prinzip die ursprünglich gedachte Zielgruppe hat ja wegen den Trotz, nämlich andere Eltern, die hat ja wegen den Trotzköpfen kaum Zeit zu lesen, habe ich feststellen müssen. Und im Prinzip gehören alle Menschen zu meiner Zielgruppe, die direkt oder indirekt mit Kindern zu tun haben und dabei selbst auch nicht perfekt sind. Also es ist mir wichtig zu betonen, dass mein Buch jetzt kein Ratgeber sein soll, sondern eher eine authentische Darstellung unseres Familienlebens. Oder besser gesagt, es ist vielleicht ein Ratgeber, wie es am besten nicht funktioniert, um den Lesenden auch ein Lächeln zu entlocken. Gibt es denn etwas, was dich besonders inspiriert? Auf jeden Fall die Schlagfertigkeit von Frau Knallmeier, die zu jedem Kommentar noch eine passende Antwort parat hatte. Und das hat mich schon des Öfteren gewurmt, dass ich manchmal ratlos dastand und mir die Schlagfertigkeit für gewisse Situationen auch erst im Nachhinein einfiel. Und da habe ich mir nur gedacht, irgendwie muss ich dazu lernen. Und man kann sagen, dass wir uns da auch so ein bisschen duelliert haben, dass ich nämlich die nächsten Veräppelungen vorbereitet habe und dann auf die passende Gelegenheit gewartet habe, dass ich ihr mal eine Retourkutsche geben kann. Und die kam dann auch zum Beispiel, als ich ihr unterstellen konnte, dass sie eine eineige Zwillingsschwester hat, die in der Kita für sie arbeiten lässt. Was hat dich denn dazu veranlasst, das alles als Autobiografie aufzuschreiben? Also angefangen hat es mit den lustigen Sprüchen meines Sohnes, der mich immer wieder zum Lachen gebracht hat mit seiner Kinderlogik. Und ich habe dann den Kindermund gerne weitererzählt, um andere zum Lachen zu bringen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich mir gar nicht alles merken kann und habe es dann aufgeschrieben, um es nicht zu vergessen. Und dabei habe ich auch festgestellt, dass ich so manche Dialoge von ihm mehr ausführen und ausschmücken muss, um später noch zu wissen, wie es denn zu seiner Kinderlogik kam. Das Thema ist ja sehr persönlich für dich. Und deswegen würde uns mal interessieren, ob du das Schreiben auch als eine Art Selbsttherapie nutzt. Das kann man so sagen, genau. Es ist auch nicht nur bei dem Kindermund geblieben. Zusätzlich sind in unserer Familie zu Hause auch manchmal so nervenaufreibende Situationen entstanden, wo ich mit meinem Mann nicht einer Meinung war zum Thema Kindererziehung. Zum Beispiel hatten wir darüber diskutiert, ob man jetzt seine Kinder bei 40 Grad auch wirklich mit Sonnenmilch eincremen muss. Und im Nachgang, wo ich es dann aufgeschrieben habe, konnte ich darüber lachen und habe gleichzeitig gedacht, naja, sicherlich geht es in anderen Familien auch manchmal so zu. Also schon auch eine Gelegenheit, sich mal zu reflektieren. Sind denn alle Ereignisse im Buch wirklich so passiert oder hast du da aus erzählerischen Gründen manchmal auch Anpassungen vorgenommen? Also grundsätzlich kann ich sagen, sind alle Dialoge oder haben alle Dialoge so stattgefunden. Hinzu gedichtet habe ich höchstens meine Gedankengänge, um das Ganze so ein bisschen zu verdramatisieren. Ja, zusammengebastelt habe ich die zeitliche Reihenfolge, an die ich mich nicht mehr so im Detail daran erinnert habe. Aber es ist wirklich nichts frei erfunden und alles kommt aus dem wahren Leben. Dann sind wir jetzt gespannt, welchen Teil du uns jetzt vorlesen möchtest. Also ich würde jetzt gerne zwei Textpassagen aus dem Buch vorlesen, in dem es um den Buchtitel geht und wie dieser zustande gekommen ist. Nikolas verstand sich mit Michael in deren Kauderwelsch ausgezeichnet. Auch mit Hanni hatte er keine Verständigungsprobleme, soweit ich wusste. Nur die Unterhaltung mit mir frustrierte ihn zunehmend. Auch wenn ich mich noch so bemühte, meistens konnte ich ihn nicht auf Anhieb verstehen. Mit seiner ohnehin schlechten Ausdrucksweise und wenn er ohne Kontext erzählte oder wenn er in seinen Fantasien sprach, dann war die Verständigung zum Scheitern verurteilt. Wer will mit nach draußen, wer will mit zum Spielplatz, rief ich laut durchs Treppenhaus, um meine Aufbruchsstimmung bekannt zu geben. Bevor der nächste Geschwisterstreit anfing, sollten sich die Kinder lieber austoben. Draußen war schönster Sonnenschein. Ich warf mir eine dünne Jacke über und zog mir die Schuhe an. Nikolas und Sophie kamen angerannt. Ich wille mit, rief meine Tochter froh. Und dann gleich schaukeln, schlug ich vor. Ja, und ruten, ergänzte sie. Ich habe Patella mit Vater angemalt, warf Nikolas dazwischen. Das konnte nicht die Antwort auf meine Frage sein. Was hast du angemalt? Fragte ich freundlich. Doch Nikolas hasste es, sich zu wiederholen. Blöder Mama! Beschimpfte er mich, weil er sich nicht anders zu helfen wusste. Fast spürte ich einen feinen Nadelstich ins Herz. Seine Beleidigung war ungerecht. Ich wollte ihn doch nur verstehen, weshalb ich nachfragen musste. Das heißt aber blöde, Mama, korrigierte ich ihn und wich dem Nadelstich aus. Dieser sollte nicht mitten in mein Herz treffen. Aber wenn er mich schon beschimpfen musste, dann sollten wir erstmal an der Grammatik arbeiten. Ich nahm meine Mutter Rolle sehr ernst. Meine mütterliche Klugscheißerei brachte ihn erst recht in Rage. Bebebebe, motzte er. Nikolas, ich habe dich nicht verstanden. Sag nochmal. Es folgte keine Reaktion. Er fühlte sich gekränkt. Wir gehen jetzt nach draußen. Willst du mit? Fragte ich erneut, um von der doofen Situation abzulenken. Ich will nicht mit, kreischte er im Jammerton. Seine schlechte Laune konnte ich nicht verbessern. Gefühlt war sowieso alles falsch, was ich sagte. Jammern hier und jammern da, jammern in Amerika, reimte ich im Sing-Sang. Mein Liedchen machte inhaltlich zwar keinen Sinn, aber wenigstens wollte ich genauso theatralisch spielen, da ich mit freundlicher Nachfrage genauso wenig zu einer zufriedenstellenden Verständigung kam. Daraufhin stampfte er die Treppen hoch und knallte die Tür. Das Gespräch war beendet. Komm, Sophie, wir gehen allein zum Spielplatz. Nico kann hier zu Hause bleiben, der Papa ist da. Kommt, Nicola, nicht mehr? Fragte die Kleine. Nein, du siehst ja selbst, der ist bockig. Während wir zum Spielplatz liefen, grübelte ich, weshalb die Unterhaltung eskaliert war. Ich konnte es mir nicht erklären. Abwarten und Tee trinken und im Zweifel auf den Spielplatz gehen, war die beste Strategie, die mir einfiel. Auch wenn es nicht fruchtete. Seine blöder Mama-Reaktion sollte leider erst noch richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt lese ich gleich mal eine weitere Textstelle vor. Verflixt und zugenäht. Auf einen Tobsuchsanfall folgte der Nächste, wenn ich das Kauderwelsch von Nicolaus mit meinen schlichten Ohren nicht verstand. Der arme Junge. Ihm fehlte eine einfühlsame Mama, die auch ohne Worte verstand, was in ihm vorging. Blöder Mama, schrie er mich an. Diesmal hatte ich nicht mal nachgefragt, was er gesagt hatte. Ich hatte gar nichts gesagt, weil ich mich nicht angesprochen fühlte. Ehrlich gesagt hatte ich überhaupt nichts gehört. Ich war in Gedanken vertieft und nur körperlich anwesend. Jetzt musste ich reagieren. Was willst du denn? Ich hab gesagt, ob ich Fernsehen gucken, wiederholte Nicolaus zornig. Darf, beendete ich seinen Satz. Darf ich? fragte er aufnungsvoll. Ob ich Fernsehen gucken darf, ist der ganze Satz. Du musst vollständig, laut und deutlich sprechen, dann verstehe ich dich auch. Darf ich Fernsehen gucken, wiederholte er korrekt. Nein. Boah, warum? Du hast mich beleidigt. Blöder Mama. Siehst du, schon wieder. Ein Teufelskreis. Es war wie im Film. Mir kam nur ein Titel in den Sinn. Und täglich grüßt das Brummeltier namens Nikolas. Wenn wir mit unserer Familienstory auch ins Fernsehen kämen, dann wären die ständigen Eskapaden wenigstens für etwas gut, versanke ich erneut in meine Gedankenwelt. Ja, vielen Dank, Valerie, für den amüsanten Einstieg. Ins Fernsehen habt ihr es ja heute damit geschafft. Ja. Und jetzt wissen wir auch, wie der Buchtitel entstanden ist. Man merkt, dass diese Beleidigung blöder Mama trotz des witzigen Fehlers dir schon auch emotional zugesetzt hat, sozusagen. Und wie bist du damit umgegangen? Also ich habe schon Verschiedenes versucht, um das Unheil abzuwenden von mir. Ich habe ihm zum Beispiel Smilies sammeln lassen, wenn er das Wort blöd durch lieb ersetzt hat. Und es hat aber trotzdem nicht geholfen. Nichts hat so richtig geholfen, außer dann die Zeit. Und zudem fand ich es auch doof, dass ich scheinbar die Einzige gewesen war, die als blöd bezeichnet wurde. Wenn ich ihn nicht richtig verstanden habe, wenn er sich nicht wiederholen wollte. Bei allen anderen war das eben nicht der Fall gewesen. Nur bei mir als Mama. Und dadurch kam aber auch die asymmetrische Schwerhörigkeit ans Licht, weil ich deswegen einen Hörtest bei mir durchführen lassen habe. Also das bedeutet, er hat schlecht gesprochen und du hörst schlecht? Ja, so gesehen kann man so sagen. Da hatten wir dann gleich auch den Salat schwarz auf weiß. Und die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen uns, die waren dann praktisch vorprogrammiert. Was dann natürlich auch zu einer lustigen Nacherzählung geführt hat. Aber schon spannend, dass du dann diese Rückschlüsse gezogen hast und auch wirklich zum Arzt gegangen bist. Ja, nachdem er mir dann bestätigt hat, du bist die Einzige, die mich nicht versteht. Alle anderen verstehen mich. Und ja, so kam das dann. Hat sich seine Sprachfähigkeit denn inzwischen verbessert? Definitiv. Und das hat es auch schon zum Ende des Buches hin. Er ist fleißig zur Logopädie hingegangen. Den Rest hat einfach die Zeit mit sich gebracht. Und schwierig für mich als Autorin war es dann eben auch, die sprachliche Entwicklung in dem Buch langsam besser werden zu lassen. Irgendwann konnte er den S-Laut dann sprechen, hat es aber auch nicht konsequent angewandt. Und da musste ich dann eben gucken, wie ich das dann so umsetze. Zusätzlich war die Schwierigkeit trotzdem, dass die Leser mich noch verstehen, was ich damit meine. Ja, wir haben jetzt ja wieder so ein bisschen den Bogen zum Schreiben geschlagen. Und deswegen meine Frage, wie bist du auf den Namen Frau Schüssel gekommen? Ja, eine spannende Frage. Und zwar kam ich deshalb dazu, weil die Kindererziehung zu Hause einfach nicht so richtig gelingen wollte. Ich habe schon gemerkt, dass ich irgendwie konsequenter sein muss. Aber gleichzeitig war ich auch manchmal vergesslich. Da wusste ich nicht mehr, was ich den Kindern gegenüber alles gesagt hatte. Ich wollte dann, oder am liebsten hätte ich auch alles visualisiert, um sämtliche Regeln aufzumalen. Da bin ich aber von der Frau Knallmeier ausgebremst worden, die dann meinte, ja, hier in der Kita wird aber auch nicht alles aufgemalt. Die Kinder wissen, welche Regeln herrschen. Und irgendwie bin ich doch die Frau Schüssel. So bin ich zu dem Namen gekommen. Aber mein Mann ist manchmal auch nicht besser. Und irgendwie passt es zu uns. So haben wir auch immer eine gute Ausrede. Das klingt sehr sympathisch. Gibt es denn Methoden, die dir, abgesehen von dem Visualisieren, auch in der Erziehung geholfen haben oder immer noch helfen? Solange ich für jede Anordnung mir ein kreatives Spiel einfallen lasse, klappt es sogar sehr gut in der Kindererziehung. Ich halte mich schon für sehr kreativ. Aber das bin ich eben auch nicht 24 Stunden lang, besonders abends nicht mehr, wenn ich dann müde bin. Und wenn es im Alltag darum geht, einfach nur eine Anordnung zu geben, ohne diese dann mal spielerisch zu verbinden, ach, dann streiken meine Kinder aber gerne und testen ihre Grenzen aus. Und das zum Leidwesen meiner Nerven und zum Vergnügen meiner Leserschaft. Wenn du jetzt noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du im Nachhinein einiges anders machen in der Erziehung? Also ich weiß, dass ich in manchen Situationen gelassener reagieren könnte oder mir auch nicht alles zu Herzen nehmen sollte. Das ist aber leichter gesagt als getan. Ich bin eher so der Typ, der sich viele Gedanken macht, vielleicht manchmal auch zu viele. Und einerseits bin ich die Mama und muss sagen, wo es lang geht, wo die Grenzen sind. Ich muss konsequent sein. Aber andererseits habe ich auch Verständnis für die Kinder, kann mich gut in sie hineinversetzen und mache dann wiederum Ausnahmen oder knicke ein, weil ich ja doch auch dann die liebe Mama sein möchte oder so als wahrgenommen werden will. Und naja, eine gewisse Strenge gehört zum Elternsein dazu. Man ist eben nicht die Freundin praktisch. Und das weiß ich theoretisch auch alles. Aber wenn ich jetzt noch mal die Wahl hätte, ich würde mich auf jeden Fall immer wieder für die Kinder entscheiden. Auch wenn im Buch davon die Rede ist, dass ich manchmal doch gerne ein Leben als Eichhörnchen anfangen wollen würde. Da sind nämlich die Jungtiere nur bis zu vier Monate im Nest der Eltern. Hast du denn, du hast ja von Frau Knallmeier gesprochen, die Erzieherin, hast du denn außer ihr noch von anderen Personen Unterstützung in der Erziehung bekommen? Also von unseren beiden Eltern auf jeden Fall. Und das tun sie auch heute noch, dass sie sich um ihre Enkelkinder kümmern, wo ich sehr dankbar für bin. Und ich bin einmal zum Jugendamt hingegangen, um mir Hilfe und Unterstützung zu holen. Ich war bei der Familienberatungsstelle. Die konnte mir dann auch einen Tipp zum Geschwisterstreit geben, wo ich gerne dann mal anknüpfen würde. Okay, ja, dann sind wir jetzt gespannt auf die zweite Textstelle, weil da geht es nämlich genau um einen solchen Geschwisterstreit. So sieht's aus. Moment, richtige Stelle. Das hört mir, brüllte Nikolas. Ich schaute zu den beiden Streithähnen. Nico und Sophie zogen an einem Etui. Beide wollten Krickelkrackel malen und benötigten den allerschönsten Buntstift. Malpapier lag auf dem Couchtisch bereit. Die ersten Striche waren gesetzt. Nein, mir hört dat, legte die kleine Einspruch ein. Das Etui kann überhaupt nicht hören, korrigierte der Papa sie in der deutschen Sprache. Wem gehört das denn? Fragte er, weil er von Zugehörigkeiten in unserem Haushalt nicht so viel Ahnung hatte. Wenn, dann gehört das mir, warf ich dazwischen. Jedenfalls sind das die Stifte von allen. Ich hatte die aber tuiert, betonte unser Ältester. Ist egal, ihr dürft beide damit malen, erklärte ich. Oder niemand, wenn das nicht klappt. Sophie zog weiter an dem Etui. Ich glaub auch, schrie sie jetzt und fühlte sich im Recht, nachdem sie mütterliche Verstärkung gespürt hatte. Dann kam ihre Standardbeleidigung hinterher. Blöder Nikola. Eine intelligentere Beleidigung fiel ihr nicht ein. Aber genau die führte dazu, dass Nikolas handgreiflich wurde. Mit geballter Faust schlug er zu. Sophie schrie vor Schmerz. Stopp, aufhören, brüllte ich in mindestens der gleichen Lautstärke und ging dazwischen, um das Gewusel zu entzerren. Ich nahm Sophie in den Arm. Mann, 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 tröstete ich sie liebevoll. Nikola hat mich gehauen, ganz toll, schluchste das Mädchen. Hab ich gesehen, bestätigte ich und stellte mich somit auf die Seite des Opfers. Es war Zeit für meinen genialen Einfall. Dafür bekommst du jetzt eine Trostschokolade. Die hilft bestimmt. Ja, Trostschokolade, freute sich Sophie und wischte ihre Tränen weg. Mit einem Adrenalinschub sprang sie von meinem Schoß und rannte zu der Schublade mit dem Süßigkeitenvorrat. Der Schmerz war vergessen. Ein Zuckerkick folgte. Der Täter stand noch immer am Couchtisch und konnte endlich ohne Streitkumpan malen. Das ist ja unglaublich, Mann, ja, sagte Nikolaus mehr zu sich selbst. Er hatte die Stifte, seine Schwester die Schokolade. Der Konflikt war gelöst. Ein herrlich schöner Zustand. Gern hätte ich ihn behalten. Doch die Schokolade war irgendwann runtergeschluckt und der kleine Körper verlangte nach mehr von der braunen Süßigkeit. Sophie wusste, was zu tun war. Und sie wusste auch, wo sie ihren Bruder finden würde, der inzwischen nicht mehr am Couchtisch stand. Vorsichtig setzte sie eine Fußspitze in die Höhle des Löwen. Sophie, rauch doch mein Zimmer, schnauste Nikolaus seine Schwester an. Niemand mochte sich gern anschnauzen lassen, so auch nicht Sophie. Blöder Nikola, beschimpfte sie ihn. Nikolaus wusste sich nicht anders zu wehren, als ihr eins drüber zu hauen. Zack, landete seine Hand auf ihrem Körper, der hart im Nehmen war. Nikolaus, mich gehauen, hier deine Trokogolale, rief das Opfer und kam weinend auf mich zugelaufen. Nur ein Zuckerkick würde vom Schmerz ablenken. Was hast du gesagt? Fragte ich nach. Trokogolale, wiederholte Sophie das wichtigste Wort und fing an zu strahlen. Der Teufelskreis war in Gang gesetzt. Meine Strategie entpuppte sich als falsch. Die brauche ich auch, sprach ich mir im Stillen mein Mitleid aus. Du darfst Nikolaus aber auch nicht beleidigen. Lass das, ermahnte ich meine Tochter, anstatt sie mit Schokolade zu trösten. Sophie schaute irritiert, wieso sie keine Trostschokolade bekam, wo sie doch extra ein paar Schläge eingesteckt hatte. Ihre Opferrolle gefiel ihr nur mit anschließender Wiedergutmachung und mütterlicher Verhätschelung. Trotz allem waren die Schläge nicht gestattet. Das musste ich nochmal verdeutlichen. Und du darfst Sophie nicht hauen, wandte ich mich an den Täter. Auch dann nicht, wenn sie dich beleidigt hat. Dann kannst du höchstens selbst blöde Sophie sagen. Schließlich brauchte er sich keine Beleidigung gefallen zu lassen. Er sollte lernen, sich mit Worten zu wehren. Aber welche waren die richtigen? In Schlagfertigkeit war ich selbst nicht gut. Als nächstes fühlte ich das dringende Bedürfnis, alle Verhaltensweisen aufzuzählen, die im Schusseltschen Hause nicht toleriert wurden. Es wird hier nicht gehauen, getreten, geschubst, geschlagen, gespuckt. Nur wenn wir krank sind, dürfen wir pucken. Oder Mama? Vergewisserte sich Sophie, ob eine Krankheit als Ausnahme galt. Meine Gehirnwindungen drehten sich um 180 Grad. Soeben hatte ich noch über unterlassene Gewaltanwendungen gesprochen. Nun ging es um das Brechen von den genannten Regeln. Ja, natürlich, bestätigte ich. Dann aber am besten in die Spuckschüssel. Schließlich herrschte bei uns Zucht und Ordnung. Naja, in meiner Wunschvorstellung auf jeden Fall. Aber die entsprach sowieso nicht der Realität. Stattdessen wurde blöd zum Lieblingswort des Tages. Ich war mir nicht sicher, ob die Geschwister sich nur zofften, um mich zu ärgern, auch wenn in allen Erziehungsratgebern zu lesen war, dass kein Kind die Eltern extra ärgern würde, egal was es tat. Ich wollte nur weg von dem Wort blöd und wieder zur Familienharmonie zurückfinden. Ja, vielen Dank für den turbulenten Einblick in euer Familienleben. Was hast du denn aus der Situation mit der Trostschokolade für deine Erziehung mitgenommen? Naja, also ich habe selber relativ schnell gemerkt, dass meine Strategie einfach falsch war. So hat es auch nicht funktioniert. Und heute, muss ich sagen, versuche ich die Streitigkeit meiner Kinder ein bisschen mehr zu ignorieren. Ich greife nicht mehr ganz so schnell ein. Manchmal frage ich auch, ob jemand am Bluten ist, weil sonst kann es ja nicht so schlimm sein. Mit Trost gehe ich vielleicht ein bisschen sparsamer um. Und naja, Schokolade essen wir alle auch ohne Grund. Das klingt perfekt. Was unsere Zuschauenden bestimmt interessieren würde, ist, was denkst du, wie es für Nico später sein wird, wenn er selbst das Buch liest? Also ich denke ja, dass er selbst auf jeden Fall eine ordentliche Portion Humor braucht. um über sich selbst lachen zu können. Aber gleichzeitig hoffe ich auch, dass er erkennt, wie ich ihn liebe und was ich alles ausprobiert habe, um die Kindererziehung glücken zu lassen. Als Mama ist es einfach schwierig, immer richtig zu handeln. Jedenfalls kann er mir nicht vorwerfen, dass ich alles vergessen hätte aus seiner Kindheit. So wie meine Mama, wenn ich sie frage, wenn sie mal von früher erzählen soll. Sie gilt dann auch als Omaschussel, kann man sagen. Kommt deine Tochter in dem Buch denn nicht zu kurz? Möglicherweise ja, aber Blöder Mama ist nur deshalb mehr über meinen Sohn geschrieben, weil die Erzieherin, seine Bezugsperson, die Frau Knallmeier, sich so lustig mit eingebracht hat. Und durch sie ist es erst zu einer berührenden Herzensgeschichte geworden, weil ich so viele Vergleiche auch zur Kita gezogen habe. Und sie war es gewesen, die mir den Rat gegeben hat, nicht alles so verbissen zu sehen, die Erziehung mehr mit Humor zu nehmen, so dass man die Eskapaden auch ein bisschen gelassener überstehen kann. Und die Fortsetzungsgeschichte wird über meine Tochter Sophie kommen, die dann in die Schnattergruppe zu der Frau Knallmeier kommt, die dann ihre Bezugsperson wird. Aber ob das gut geht, das wird nicht verraten. Ja, jetzt haben wir über deine ganze Familie gesprochen, außer über deinen Mann. Wie sieht der das denn, dass das Familienleben von euch so öffentlich gemacht wird? Naja, also anfangs hat er mich ja nur belächelt und nicht so wirklich an einen Erfolg geglaubt. Sein Kommentar war damals, ändere den Namen ab, da ist es mir egal. Inzwischen weiß er schon, dass es zu meinem Herzensprojekt geworden ist und er unterstützt mich, wo er nur kann, zum Beispiel, wenn es um die Richtigkeit der Steuerangaben geht, wenn auch computertechnische Änderungen vorgenommen werden müssen. Und er rennt auch mal zum Briefkasten hin, wenn wieder ein Exemplar verkauft wurde. Allerdings macht er jetzt nicht aktiv Werbung für das Buch, weil als Lehrer müssen seine Schüler nicht unbedingt wissen, dass es wie bei ihm ein Buch gibt, was zu Hause alles nicht funktioniert. Aber das verstehe ich auch. Ja, das würde ich auch verstehen. Du hast gerade von Verkäufen gesprochen und wenn wieder ein Exemplar verkauft wurde. Was ist denn dein Ziel? Welches Ziel verfolgst du allgemein mit der Autobiografie? Also mein Ziel ist es natürlich jetzt erstmal die Unkosten für das Lektorat und die Grafik wieder hereinzubekommen. Aber wichtiger noch ist mir zu zeigen, dass mein Herzensprojekt wirklich, dass ich mit dem Projekt andere Menschen erreichen kann und dass die Schreiberei nicht nur als Liebhaberei und Zeitvertreib anzusehen ist. Einige Menschen in meinem Umfeld haben mich bisher nur belächelt und auch nicht an einen Erfolg geglaubt. Und die sehen dann mehr so die Unkosten und die Zeit, die ich da reingesteckt habe, was bisher in keinem Verhältnis steht. Aber wer weiß, vielleicht wird sich das ja noch ändern. Willst du denn gerne anderen Eltern was mit auf den Weg geben? Also das, was ich ihnen auf den Weg geben möchte, ist einfach, dass die Kindererziehung für mich mit die schwierigste Aufgabe überhaupt ist. Sie ist mit Höhen und Tiefen verbunden und keine andere Aufgabe gab mir bisher so viele Gefühlsschwankungen zwischen Wahnsinn und unendlicher Liebe. Möglicherweise ergeht es ja der anderen ebenso. Und ja, Zweifeln ist erlaubt in der Kindererziehung, als Mama, als Elternteil, als Erziehungsberechtigter. Sich Unterstützung zu holen ist keine Schande. Darüber sprechen hilft oder sich mit Gleichgesinnten darüber auszutauschen ebenso. Und ja, mit Humor lassen sich die Eskapaden besser aushalten und wir sitzen doch alle im selben Boot. Ja, das ist doch ein ganz tolles Schlusswort, finde ich. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch und auch bei der Erziehung. Und danke, dass du da warst. Und ich danke auch Ihnen, verehrtes Publikum. Schalten Sie doch gern in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir einen Ausflug in ein anderes Genre machen. Da wird Tommy Beam vorlesen aus seinem Roman Wir kommen in Frieden, um euch auszulöschen. Bis dahin wünschen wir eine schöne Lesezeit. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.